also herzlich willkommen auf der stunde gaming und heute spielen wir mal wieder wie easy und heute spielen wir mal ein roblox simulator haben wir eben nicht mehr gespielt werden generell also ich habe generell roblox ja sehr lange nicht mehr gespielt so und wir müssen ja anscheinend irgendwie bogen schießen und das macht man so genau sagt sagt ich bringe mal kurz das tor hier so laden ich habe hier nichts haustiere 590 kann ich den grünen holen aber für was kriegt man denn woher kriegt man denn diese diese siegel wartet mal so irgendwie muss man ja diese siegel auch kriegen schieße hier okay ich verstehe also hier kann man dann für einen besseren bogen ok 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 das ist geil eigentlich wir kriegen ja auch wieder in 13 sekunden was neues warte wie teuer kostet denn der bogen hätte 590 ok so leute ich bin wieder weg und ich habe hier mal 30 ein bisschen was gemacht so so wir wollten ja oder was heißt wir ich wollte jetzt hier einmal kurz bögen kaufen genau nehme ich den hier so ausrüsten so jetzt haben wir nur noch 1000 aber es macht nichts jetzt gucke ich will mal kurz gucken fünf siegel kriege ich damit okay kriege ich immer nur fünf siegel ja der landet immer gleich okay wir haben jetzt 28 siegel so jetzt müssen wir doch hier irgendwie eier kaufen wenn oder kann ja auch einmal drehen machen wir auch einmal hier alles mit vielleicht kriegen wir ja hier irgendwas geiles kleine packung auch nicht das hier okay keine ahnung so wir können hier auf jeden fall für 25 tatsächlich ein ei holen und auch für fünf ich hole mir jetzt die für 25 dann kann ich mir insgesamt zwei tatsächlich holen so okay wir haben jetzt einmal hier tatsächlich nur kack gekriegt aber egal so jetzt haben wir sogar noch irgendwie welche gekriegt so haustiere am besten ausrüsten so wir haben jetzt zwar zweimal dasselbe aber das macht ja nichts so kriegen jetzt sieben pro dings okay so wir können jetzt aber warum nur sieben mal drei mal drei das sind sechs so weil ich immer nur sieben krieg ich muss ja auch mal hier gehen so 21 kriege ich hier gut also es ist im prinzip ein geiles spiel aber es ist halt auch wieder zeitaufwendig aber es macht ja nichts also man kann ja irgendwie auch noch ich glaube man schaltet die frei wenn man dieses und ding trifft kann das sein oder muss man das hier kaufen einmal es kann auch sein dass man das hier kaufen muss ah ja 155 ok dann sparen wir jetzt erstmal auf 105 oder auto so ich muss hier das hier machen war ich habe sogar schon gut 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 also wir kriegen dadurch nämlich dann die 144 dinge als sehr schnell so jetzt noch ein wurf und dann haben wir schon die 144 zack jetzt scheint er aus 163 sogar jetzt schon gut dann kaufen wir jetzt uns das hier einmal nicht denn jetzt worden wieder ich will hier nicht ins oster event ich will hier rein so sagt gut okay für 125 kann man hier sich ein neues holen und man sieht hier schon ja das hier ist tatsächlich schon mal deutlich anstrengend ich komme ja nicht mal irgendwo an dem ding dran hier ok ich glaube brauchen ein bisschen mehr stärke tatsächlich also was geil ist wenn wir hier auf jeden fall die 28.000 kriegen stopp ach so das ist so jetzt haben wir hier auf jeden fall also es gibt ja einige dinge noch hier frei zu schalten so haben wir hier wieder irgendwas freigeschaltet nö haben wir nicht acht minuten erst das ist doch kacke irgendwann wann kriegen wir nochmal für 10.800 ich glaube ich kaufe mir an den hier einmal weil danach kriegen wir ja noch schneller das ganze wir können hier sogar gucken wie viel das macht also lila macht vier und das hier zwei das hier ein 12 und das hier sogar schon vier und irgendwann kostet das sogar 150.000 was okay wir sparen jetzt erstmal auf dem lila nennen und dann kaufen wir uns oder dann sparen wir erst mal auf die also kaum und setzt also ich kaufe mir jetzt hier dieses lila dann bogen danach gehe ich hier auf die 28.000 würde ich sagen so jetzt kann ich das hier mal kurz kaufen und auch einmal ausrüsten so jetzt mache ich 63 und ich würde sagen jetzt sparen wir hier einmal auf diese 28.000 dann sehen wir uns gleich noch einmal wieder so da bin ich wieder und ich habe jetzt hier mal 111.000 tatsächlich also ein bisschen mehr als ich gedacht also als ich gesagt habe so jetzt kann ich hier sogar das machen wir gucken mal vielleicht können wir hier ein neues ding kaufen bevor wir gucken guck mal kurz hier ups das kostet ja hier nur 1000 8 drohen ich bin ja blöd so 68 siegel kriege ich als ich schon viel muss man sagen aber ich bin ich gut brauche es nämlich die siegel aber ich würde mal sagen wir machen immer kurz weiter auf 150.000 weil dann kann ich nämlich hier auch eine neue bogen kaufen und danach war was kriege ich hier dann auch mal vier oder ne mal sechs okay hier mal 4 das wird natürlich noch geiler wenn ich dann mal vier mal 4 ist ja schon mal sechs ab so ich habe jetzt endlich die hier rein da so und wir haben sogar noch ein bisschen wort für das ei kostet ja ja gut wir müssen jetzt erst mal hier machen aber macht ja nichts kann man ja auch so machen so 2 mal 9 14 lieben ja also ich schenke mich was sie hier nie bedeuten aber egal wenn ich da meine wo nicht zum Anfang wenn ich noch mal das wo ist das sind hier ist ich habe das gleich gleich habe ich brauche nicht mehr ich brauche nicht mehr ich freue mich schon so wenn ich das jetzt abgleich also ganz ehrlich bin ich froh wenn ich gleich habs ich weiß gar nicht wie viel das jetzt ungefähr waren ja 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 Das ist echt kacke, muss man sagen. Okay, okay, okay. Oh, ich hab ein Geschenk, sehe ich gerade. Während wir das hier machen, öffnen wir jetzt hier einfach kurz die ganzen Dinger hier. Gib mir das, gib mir das. Oha, 150, geil. Nicht geil. Oh, 150, okay. So, let's go. Zack. Gut, ich würde sagen, wir machen jetzt hier erstmal hier Stopp und kaufen uns das nächste hier. So. Okay. Und weil's so schön ist, kaufen wir uns hier kurz mal ein neues Haustier. Haustier? Ich mein ein Pad. Ihr wisst, was ich mein. So. Hirsch. Äh, Hirsch. So. Und eine Fuchs ist das. Neues. So, dann gucken wir doch mal hier. Äh, Haustiere. Die besten. So. Wow, man kann sogar, man kann 50 Dinger. Nee. Man kann vier. Okay. Ich hab mich kurz schon erschreckt. Alla, ich dachte schon. So, Automatik. Okay, wir kriegen jetzt 1700 pro, ähm, Dingsbums. Ihr wisst, was ich mein. 400.000 erforderlich. Nein, wo sind die hängen geblieben? Leute, aber ich würde auch sagen, das war's mit dem Video. Wenn's euch gefallen hat, lasst mal gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Schaut natürlich außerdem auf meinem Discord-Sorfer vorbei, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Aktiviert natürlich die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Zappen, Trommas, zu fassen. Haut rein, Leute, euer Sando. Ciao, ciao.